Ferdi und Lulu, wer? Der adelige Ferdinand trifft beim Flötenunterricht die bürgerliche Luise. Boah, boah. Und pfeift auf seinen Adel. Sein Papa findet aber, du heiratest die Mätresse vom Fürsten. Niemals. Dann lasse ich jetzt die Bürgermischpoke ihr verhaften. Dann twittere ich, wie du dich hochgemordet hast. Dann lasse ich dir einen Fake-Liebesbrief schreiben. Was? Lulu, schreibst du diesen Brief? Ja, schon. Dann will ich jetzt sofort eine Limonade. Boah, warum ist denn die Limonade so matt? Boah, die ist ja wirklich matt. Wie kommt das? Vom Arsen, das ich reingekippt hab. Gift. Ja, wenn ich sterbe, kann ich ja die Wahrheit sagen. Ich hab immer nur dich geliebt. Aua, sie stirbt. Und er so, nein. Aua, stirbt auch. Ende. Vielen Dank.